Okay, Bro, gib Gummi. Du schaffst das. Vorsicht, Vorsicht. Jetzt. Oh, Scheiße, Alter. Bro, 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 geht's dir gut? Nein. Warum? Ich hab noch kein Ticket fürs Heimspiel 2. Verdammt, Alter. TBS bringt wirklich das Heimspiel 2? Ja, Bro, für echt. Und wann kommen endlich coole neue Songs? Beim Heimspiel 2, Alter. Nein. Doch. Ich glaub, mein Gott, verdammtes Skateboard quietscht. Sag mir, wann es passieren wird. Es wird geschehen am 18.10. Das ist mein Lieblingstag. Männer auch. Wir müssen dahin, Bro. Waren das Frauenbrüste? Das waren Frauenbrüste. Die Brüste von einer Frau. Glaubst du, beim Heimspiel 2 gibt es auch Männerbrüste? 100%. Wir müssen dahin, Bro. Wo ist es? Im Mainmarktclub. Der Weinmarktclub? Ja! Der ist so groß wie ein gottverdammter Skatepark! Los, Kumpel. Wir klauen die Kreditharte deiner Mutter. Halle, ja.